moin moin und hallo freunde an diesem wunderschönen oster montag hallo ihr lieben auch heute kann man glaube ich immer noch frohe ostern wünschen wir hoffen ihr habt die tage gut verbracht und seid immer noch gesund und euch fällt die decke nicht auf den kopf genau und wenn jetzt am wochenende alle spiele eigentlich durchgespielt habt ihr so zu hause habt dann haben wir jetzt neues brettspiel für euch und ein neues brettspiel was ihr vielleicht dann nächste woche mal kaufen könntet wenn es euch interessiert und dann neues spiel für die kommentare hat man muss sagen neues brettspiel anfangs strichen das ist schon auch ein echter klassiker oder für spielekenner das kannst du besser einschätzen ja ist glaube ich 2014 schon rausgekommen da kann man schon glaube ich sagen klassiker ist nominiert zum kennerspiel des jahres gewesen 2015 also gibt schon tatsächlich ein bisschen und gibt es tatsächlich schon ein bisschen jetzt verraten was es ist ja komm ich verraten was es ist ja gut na komm wer haben wir heute für euch orleans also ich da komme ich jetzt mein spiel ich war wirklich ein bisschen abgeschreckt und dachte das ist gar nichts für mich ihr wisst eigentlich spiele muffel ich werde gerade ein bisschen umgepolt aber das ist wirklich ein richtiges strategie spiel ganz viele das seht ihr gleich ganz viel spielmaterial man braucht unglaublich viel platz und ich dachte so ein drei stunden spiel das ist nichts für mich und falsch gedacht ich bin riesen fan sehr sehr cooles spiel tatsächlich dauert es auch nicht drei stunden auf der packung steht 90 minuten ich glaube damit kommt man auch ganz gut hin die erste partie hat sehr lange gedauert tatsächlich aber eben auch weil man sich ein bisschen die regeln reinlegen reinlesen muss weil es sehr viele variationen gibt sehr viele plättchen mit denen man spielen kann viele leute können verschiedene sachen aber wenn man einmal drin ist dann 90 minuten glaube ich gut angesetzt für zwei bis vier spieler es ist so ein bisschen das seht ihr gleich es gibt halt total viele varianten auf die man spielen kann total viele strategien und das ist so mein problem so ein bisschen weil ich immer irgendwie alles will und man muss sich schon auf was fokussieren ja und ein bisschen glück wobei nachher eigentlich auch nicht mehr du kannst es schon sehr strategisch genau genau wie gesagt für zwei bis vier spieler die version zu zweit haben wir natürlich wieder nur getestet ist super ich glaube zu viert hat es noch mal mehr oder zu dritt und ab zwölf jahren ja 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 ausprobieren muss man ausprobieren ja so ein bisschen also ihr kennt jetzt auch schon ein paar andere spiele die wir mit euch gespielt haben so was wie eldorado oder via magica da sind die farben sehr eindringlich echt neon farben teilweise die natürlich für die kamera super sind und leon ist da sehr zurückhaltend also das sind eher matte farben eher so ein bisschen grau beige ja aber gut ist geschmackssache und ich glaube ist ja egal hauptsache das spiel ist gut passt schon zum setting auch mittelalter setting aber ich würde sagen wir schnacken gar nicht weiter für rum wir gehen einfach direkt auf den tisch oder auf geht's ich muss gewinnen unbedingt da sind wir und da liegt auch direkt auf dem tisch genau fühlt euch vielleicht erst mal nicht erschlagen das sieht jetzt sehr komplex aus naja es ist auch nicht ganz unkomplex muss man zugeben aber wenn man ein bisschen reingekommen ist spätestens nach der ersten partie hat man eigentlich gerafft wie es funktioniert es gibt sehr viele möglichkeiten wie man spielen kann es gibt sehr viele strategien die man fahren kann da kommen wir auch gleich zum knackpunkt denn man muss sich tatsächlich echt wirklich auf ein zwei sachen konzentrieren ich probiere immer irgendwie alles ein bisschen schwierig aber es gibt einfach so viele coole möglichkeiten und sachen und man kann so viel machen ja genau ich würde sagen als erstes mal zur erklärung verena sitzt hier das ist ihr spiel tableau das hier ist mein spiel tableau das ist kameratechnisch einfach also es ist einfach ein sehr breit gefährdet spiel mit viel material wir haben es jetzt mal ein bisschen so geregelt das heißt ich komme jetzt leider da hinten nicht so gut an brian muss man also sehr viel angeben und so weiter aber das ist ja kein problem ziel des spiels ist es sich eigentlich eine möglichst gute community aufzubauen kann man sagen oder genau also am ende gewinnt der der die meisten siegpunkte hat es gibt verschiedene wege siegpunkte zusammen ich würde sagen wir fangen mal mit der erklärung des siegpunkte sammeln an und dann gehen wir mal über das tableau irgendwie von hier oben nach unten und erklären als reihum also siegpunkte sammeln geht wie folgt es gibt hier einmal waren das sind diese warenplättchen die ihr seht also weizen käse wein wolle und brock hat heißt das glaube ich ich glaube ist so eine art stoff hier sind auch noch mal warenplättchen wie ihr seht zwischen den dörfern beziehungsweise städten die man bereisen kann das heißt wenn man darüber bereist kriegt man auch diese plättchen das ist der erste weg im prinzip um siegpunkte zu sammeln zum beispiel nur ein siegpunkt dann kann man diese dorfbewohner hier sammeln diese bürger ich hoffe man erkennt das ganz gut die liegen überall auf dem tableau gibt verschiedene wege zum beispiel wenn man hier weiter rückt man welche auf der entwicklungsleiter weiter weiter rücken gibt da liegen auch drei hier kann man sich ein paar abgreifen und später wir die meisten kontore hat und das ist auch schon der nächste punkt wie man siegpunkte sammelt nämlich zusammen mit den kontoren das heißt man würde also ja das heißt man würde also sich hier auf die reise begeben für orleans der startpunkt gilt da dürften beide männchen hier ein kontor bauen in den anderen städten darf dann immer nur einer stellen jetzt fragt ihr euch natürlich wie baut man ein kontor eine sekunde das ist noch den letzten siegpunkt und zwar gibt es nämlich hier auch noch mal auf der entwicklungsleiste das seht ihr ganz unten am rand dann gibt es diese sternchen am anfang fängt man hier schon bei einem sternchen an also hat schon eine entwicklungsstufe die zwei drei vier fünf und ganz hinten sechs das wird dann multipliziert also quasi die kontore plus die bürger die man hat mal dem entwicklungsstandard den man erreicht hat die entwicklungsstufe die man erreicht hat genau und so wird es ausgezählt ja wie kann man kontore bauen vielleicht jetzt kommt diese eigene das spiel tableau hier ins spiel also um diese ganzen sachen tun zu können muss man sich ja dorfbewohner zusammen sammeln man hat am anfang vielleicht kannst du das mal zeigen eine auswahl an dorfbewohnern die man einfach von anfang an hat das heißt dieses schwarze plättchen ist der händler das braune plättchen ist der handwerker blaues plättchen sind die schiffsmänner und die weißen plättchen sind die bauern und jetzt kann man auf seinem tableau das zeigt brian am besten auch einmal bei sich diese männchen in verschiedener reihenfolge aufbauen und erhält dann wieder was neues also wir bleiben jetzt mal bei dem beispiel gildenhaus wenn man ein gildenhaus bauen möchte bräuchte man ein weißes plättchen ein braunes plättchen und ein rotes plättchen also ein ritter da dieses plättchen hat man von anfang an noch nicht das heißt bevor man also ein gildenhaus bauen kann bräuchte man erst mal ein rotes plättchen und das bekommt man in der burg so und für die burg bräuchte man ein weißes plättchen ein blaues plättchen ein schwarzes das wird also direkt am anfang gehen wenn man die plättchen dann dort so aufbaut würde man automatisch auf dem roten feld einen ritter bekommen und zieht auf der roten leiste ein stein weiter so das heißt je nachdem was man hier auf seinem feld belegt erhält man plättchen die werden alle in rein du musst zeigen ins schwarze beutelchen dann gepackt und man zieht ja je nachdem wie weit man auf der roten leiste ist so viel plättchen darf man ziehen und da denkt man jetzt natürlich ist es schon glück was man zieht man kann da aber auch ziemlich taktisch vorgehen und man kann natürlich hier unten auch plättchen auf seiner leiste liegen lassen vielleicht zeigst du das noch mal man kann vorher auch plättchen schon irgendwo anders ablegen wenn man sagt ich möchte auf jeden fall im nächsten zug ins dorf einziehen legt man da schon mal ein blaues plättchen hin genau und daran merkt ihr auch schon also man kann ganz verschiedene strategien fahren man kann zum beispiel auch über diese grauen plättchen gehen das wäre die universität je nachdem wie weit man dort vorrückt kann man unten auf der entwicklungsleiste auch weitergehen die grauen plättchen bräuchte man dann auch wieder um sich mönch plättchen zu holen die gelten so wie eine art joker das heißt die kann man eigentlich für alles nutzen die schwarzen plättchen also die händler dort darf man dann hier noch solche karten ziehen die bringen einem auch vorteile also wir können ja mal irgendwie hier aus der mitte du hast da gerade eins auf hier das würde man sich dann zum beispiel zu seinem dorf nehmen neben seinem dorf aufbauen dann gibt es hier so kann man sich das hier so anbauen das passt meistens auch so dass man hier sagt dann ist es so schön an der farbe sieht man das noch ich glaube schon und da könnte ich jetzt zum beispiel dann noch mal zwei bauern einsetzen um ein käse zu sammeln jede runde so und dann kann man eben aufschauen dass man sagt okay das ist mir eigentlich alles egal was ich hier mache ich spiele darauf und bringen meine figuren ins rathaus und das ist unser rathaus plättchen und hier müsste man solche reihen hier voll bekommen also zwei graue mönche ein seemann ein bauern und ein händler dann würde man dieses bürger plättchen bekommen also auch das kann man probieren und über ins rathaus kommt man hier wieder auch auf seiner eigenen leiste man darf jede runde theoretisch zwei figuren ins rathaus schicken die sind dann aber auch fester drin und sind weg die kommen nicht mehr in den beutel rein so man kann immer auch jede runde ins dorf gehen dann würde man wieder ein schwarzes blaues oder braunes plättchen bekommen bei den braunen ist vielleicht noch mal ganz gut da gibt es so rädchen die kann man fest hier irgendwo auf sein tableau legen und dann bräuchte man theoretisch dieses feld nie wieder zu belegen man kann zum beispiel direkt mit so einem braunen anfangen wenn man am anfang keine roten zum beispiel sich holen wollen würde könnte das rädchen dann hier auf den roten legen beziehungsweise beim ersten mal muss es auf den bauern beim zweiten bei der zweiten stufe kann man sie auch auf den roten legen und dann müsste man nie wieder hier in roten haben um gildenhaus zu bauen kann sehr von vorteil sein wenn man eine sorte arbeiter nicht sammelt genau ich würde sagen das sind eigentlich so die groben regeln wollen wir einfach mal spielen und wir können ja zwischendurch auch dann immer noch mal ein bisschen was dazu sagen oder ich überlege halt ob du was vergessen haben könntest es gibt immer hier ganz gut informiert am anfang quasi so aktionen für das gesamte dorf die können gut sein also es kann zum beispiel sein dass man dann vor jeder runde nach jeder runde geld für sein gildenhaus bekommt es kann aber auch die pest sein und dann muss man aus seinem beutel ein plättchen abgeben also es kommt darauf an da kann man aber nicht viel tun weil die werden vor jeder runde aufgedeckt und am ende der runde einmal ausgeführt genau und zum rathaus hier kann man quasi noch sagen also die plättchen die man ins rathaus schickt sondern quasi für einen selbst verloren denn die bleiben hier liegen auch wenn zum beispiel einfällt jetzt wenn man drei blauen und einen grauen rein stellt wenn das voll ist auch dann bekommt man die nicht wieder wir spielen beide aufs gleiche rathaus also wir reden ja nicht noch so ein plättchen das ist unser gemeinsam das teilen wir und es funktioniert quasi so wenn ich im blauen rein schicke kriege ich hier ein gold das seht ihr hier beziehungsweise ein geld wenn wir reden dann noch einen rein schickt kriegt sie auch ein geld wenn ich noch einen rein schickt kriegt sie auch ein geld und der letzte der ist quasi voll macht also der so ein ding abschließt oder hier die reihe oder hier die reihe wie auch immer kriegt dann noch diesen bürger dazu also auch da ist ein bisschen taktisches geschick gefragt und ein bisschen übersicht was der gegner so macht am anfang wie gesagt zieht ihr seine bürger plättchen die kommen dann hier unten auf den markt und dann plant man seinen zug das heißt man legt wieder hin so und dann sagt man irgendwann ja bin durch du bist auch durch und dann werden die aktionen nacheinander abwechselnd ausgeführt am ende der runde wird das also bei wallfahrt ist jetzt eine ausnahmeregelung da gilt für die ganze runde keine mönche kaufen ist in der ersten runde tatsächlich sowieso nicht möglich deswegen ist es immer das beginne plättchen ansonsten gibt es auch sachen dass man zum beispiel für seine rohstoffe zahlen muss oder so ähnliches das werden sie gleich sehen das wird dann immer am ende der runde abgehandelt auch dafür wieder sehr schön hier im spiel finde ich man hat hier so ein kleines brettchen was jeder spieler bekommt da stehen hinten einmal die siegpunkte drauf dass man sich das schön zusammenrechnen kann und seine taktik überlegen kann wie man sie am besten fährt und hier steht auch noch mal sehr praktisch drauf was man tun muss 1 2 3 4 5 19 kaufen und so weiter ich würde sagen ich glaube das macht einfach anschaulicher wir fangen jetzt mal an genau ich habe das startbrettchen ja freunde es liegt daran weil ich schon ein zweimal verloren habe deswegen müsst ihr mir auch hier die daumen drücken dass ich endlich mal gewinne jetzt in der ersten runde macht es natürlich noch nicht so viel sinn aus dem beutel zu ziehen weil man sowieso alle ziehen würde die kann man direkt legen also wir dürfen beide vier plättchen ziehen weil wir beide noch am anfang der burg skala sind steht auch immer eigentlich darüber was man tun darf ist ganz gut erklärt und es gibt auch ein beiheft müssen wir das holen wir haben das alles im kopf das habe ich hier das liegt vorsichtshalber noch mal bei mir gibt auch ein beiheft wo noch mal gewisse symboliken erklärt sind super haben wir beide gelegt ich habe gelegt ja sehr gut dann würde ich einmal beginnen und ich würde meinen ersten zug einmal in die universität wagen das heißt ich bekomme ein graues plättchen gehe mit meinem blauen stein ein stück weiter auf der skala und gehe dann auf der entwicklungsskala auch bitte einmal zwei nach vorne so sieht es aus so ich habe meinen zug mit der burg begonnen habe hier meine arbeiter eingesetzt die kommen erst mal zurück in meinen beutel ich kriege ich kriege dafür einen ritter hier vom roten tableau und darf meinen roten einfällt weiter ziehen bedeutet ich darf nächste runde fünf plättchen ziehen dann theoretisch würde das ausgelöst werden ist jetzt nichts deswegen geht es aber weiter so die nächste karte ist der handelstag theoretisch würde jetzt noch der der bei den bauern am weitesten vorne ist ein geld bekommen da wir gleich auch sind gibt es kein geld für niemanden die sogenannte volkszählung ich krieg das staatspieler plättchen und wir ziehen wieder also brian darf jetzt 15 ich darf noch vier nur ziehen so ende der planungsphase werden wir andere plättchen gelegt ich beginne diesmal auszuführen ich habe hier einen bauern ein handwerker und ein ritter aufs gildenhaus gelegt und damit darf ich mein erstes gildenhaus in orient bauen wie gesagt verena dürfte jetzt auch noch bauen wenn wir das irgendwo anders auf den städten bauen dann gibt es nur ein gildenhaus von einer farbe dann bin ich dran jetzt ziehe ich in die burg ein hätte gerne ein rotes plättchen und gehe ein schritt weiter auf der burg skala darf jetzt also auch fünf plättchen ziehen so das hier wird ausgeführt für jedes sie jeden kontor gibt es ein ganz schön sehr schönes kontor volkszählung gibt es nicht weil wir beide noch gleich auch sind dann bekomme ich den staatspieler wir decken wieder eine dorfaktion quasi auf ja schade das ist die pest das bedeutet am ende der runde müssen wir beide ein plättchen aus unserem säckchen ziehen und wenn wir pech haben und den abgeben wenn wir pech haben ist das natürlich ein gutes so dann beginne ich mal ich ziehe ins kloster ein bekomme also ein gelbes plättchen ein mönch der wie ein joker wirkt den darf ich also überall drauf legen wo ich möchte kommt das säckchen ja ich ziehe noch mal in die burg ein bekommen wir hier einen ritter und ziehe hier ein was bin ich dann rot weiter darf also sechs nächste runde ziehen und auch ich baue in orleans also eben wie gesagt hier die ausnahme auch ein gildenhaus dort dürfen wir beide bauen stelle auch ein schönes kontorhaus neben deins ganz jetzt aber nicht so schick also ich habe da einen anderen architekten auch beauftragt der hat viel mit fichtenholz gemacht das ist eine spezialität so die pest hat leider einzug erhalten in unser dorf das heißt wir müssen jetzt jeder ein aus dem säckchen ziehen ich habe glück gehabt ich habe einen der eigenen farbe das sind die einzigen die man nicht abgeben muss die unten markiert die ich auch sehr schön damit ist das nichtig es geht in die nächste runde das stundenglas wird wieder umgedreht jetzt gibt es pro erfahrungsstufe hier ein siegpunkt ich werde startspieler münzen gibt es keine bei der volkszählung also dasselbe wie am anfang ziehen plan wichtig vielleicht auch das habt ihr vielleicht schon gesehen ich habe hier eben letzte runde schon zwei rot hingelegt wenn ihr liegen darf ich die nach der runde nicht mehr also ich könnte ihn jetzt nicht wieder nach da verschieben der bleibt hier liegen bis der aktiviert wurde zurück und 16 kommt ich kann aber eine planungsphase die die ich jetzt gezogen habe müssen die für sein kann die jetzt noch verschieben bis ich quasi einlogge und sagt das nehme ich jetzt an das zeige ich jetzt auch das nehme ich jetzt an gut so fang ich fang an ich gehe hier ins dorf und ohne mir einen braunen kollegen ziehe hier mit rot einen weiter und krieg hier so ein rädchen rädchen den darfst du gleich sobald du quasi nichts mehr ausführst legen genau ich bin hier auf dem skriptorium das heißt ich darf jetzt mit meinem blauen steinchen auf der entwicklungsleiste bitte einen nach vorne lieber brian und bekomme das bürgerplättchen das lege ich mir einfach hin das gilt jetzt erstmal noch nicht das zählt dann nachher am ende ich passe ich kann nichts mehr machen damit darf ich jetzt dieses rädchen hier hinlegen das erste rädchen muss man für irgendeinen bauern einsetzen ich setze jetzt hier beim wagen ein also meine bewegung über land quasi und ich ziehe noch einmal in die burg ein bekommen noch mal ein ritterplättchen und ziehe auf der burg skala auch einen nach vorne vielen dank damit bin ich fertig ich auch das wird abgehandelt wir kriegen bei ein geld warum für die entwicklungsstufe haben wir schon einen stern ja man startet ja mit einem stern das ist ja schön hast du schon einen ne bitte ich bekomme das startplättchen du deckst bitte noch mal wieder jawoll ich darf keine mönchen nehmen in dieser runde und auch ich darf jetzt 6 ziehen blende ein bisschen durchs licht bei mir zu manchen ich hoffe der kamera nicht nö da sieht super aus glaube ich wie schon vergessen was ich machen wollte so so kuri k искать ich reise mal los mit dem schiff also zu wasser das heißt ich darf logischerweise nur auf den blauen linien ich reise nach so decke ein warenplättchen auf das ist getreide das lege ich mir hier erst mal hin und dann bleibe ich da ich bin mehr so der landtyp deswegen reise ich über land mit den wagen krieg auch auf dem weg ein warenplättchen auch getreide wir sind nicht so die französische experten wie ihr merkt so ich passe ich baue in montagy direkten schönen kontor ich habe mir einen ausgezeichneten architekten ausgesucht ja wirklich netterker baut diesmal mit buchenholz da muss ja auch ein bisschen einzigartig sein könnte ich alle gleich aussehen du hast gepasst ich habe auch nichts mehr dann würde das ausgeführt werden das wallfahrt also mit nichts ausgeführt stundenglas wieder mal stark gemischt ich krieg staatsspielplättchen ja es gibt bei der volkszählung kein gold also wieder das wilde fahrt wie für die 15 6 so Vielen Dank. Vielen Dank. Dein Stuhl knatscht ein wenig. Ja. Ich bin selber Architekt wie von meinem Kontor. Gut. Architekt. Du fängst an. Entschuldigung. Ich fange an. Ich reise jetzt mal mit dem Wagen nach Etampe. Ist das in China? In Etampe ist schon China. Die machen sehr guten Wein da. Deswegen kriege ich auch ein Weinplättchen auf dem Weg. Etampe. Das frage ich mich eigentlich bei der Sinnhaftigkeit, dass die Waren hier auf dem Weg liegen. Also man trifft dann andere Handelsleute und zieht denen dann Wein ab einfach. Weil ich bezahle ja auch nichts dafür. Also ich kriege die einfach. Finde ich es auch. Weiß ich auch nicht genau. Das ist übrigens auch nochmal ganz gut. Ein paar Plättchen haben wir nicht belegt. Das ist, wenn man dann mit drei oder vier Spielern spielt. Das macht das ganze Spiel natürlich eh auch nochmal spannender. Dazu später mehr im Resümee. Genau. Dann bin ich dran. Ich ziehe einmal ins Dorf ein. Hätte gerne ein schwarzes Plättchen. Und gehe auf der Skala da einen Schritt vor. Ups. Und ziehe jetzt hier so ein Plättchen. Das bedeutet, ich könnte jetzt hier einen Mönch jede Runde drauflegen. Brauerei und bekomme dafür zwei Geld. So, das ist hier alles so ein bisschen hasselig. Ich würde den mal hier hinlegen und dann lege ich den da an. Finde ich auch so schön, wie diese neuen Urteile sich auch einpassen. Ja. An die verschiedenen Dinger. Entschuldigung. So, ich ziehe auch nochmal ins Dorf ein. Ich hole mir einen braunen, also einen Handwerker. Gehe mit dem roten hier eins weiter. Kriege so ein Rädchen, was ich gleich beim Passen einsetzen darf. Und ich habe nochmal das Skriptorium und gehe bitte auf der Entwicklungsskala einen Schritt nach vorne. Ja, ich passe. Damit darf ich mein Rädchen hier setzen. Also beim Bildenhaus, auf den Bauern. Ich passe auch. Wunderbar. Und da ist es umgedreht. Für drei Waren muss man jetzt ein Geld am Ende der Runde bezahlen. Du kriegst das Startspieler-Plättchen. Gold gibt es keins, weil keiner vorne ist. Und wir ziehen wieder. Jeder sechs. Freunde, ich kann das auch nicht auf den Markt machen, damit ich vielleicht meine Planung ein bisschen besser sehe. Sommer, bitte? Oh. So? 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 So, so? Ach so, das Spiel endet übrigens, wenn diese auch hier aufgebracht sind. So, bist du ready? Ich bin ready, ja. Ich baue ein Gildenhaus. Zack. Ich baue hier auch ein Kontor. Oder Kontor. Warum sagt man Gildenhaus? Ich glaube, das geht beides. Gildenhaus ist quasi das Haus, in dem sie entscheiden, ein Kontor zu bauen. Ah. Glaube ich. Macht Sinn. Und ich hole mir noch einen Mönch. Bitte ein gelbes Plättchen. Vielen Dank. Ich habe nochmal hier die Burg. Hast du gerade zwei Züge hintereinander gemacht? Nein. Du hast ein Haus gebaut und... Ach nee, ich hab... Nee, alles gut. Okay. Ich wollte mich nur ein bisschen beschweren. so und gehe mit meinem Roman ein weiter. Mehr habe ich nicht. Ich habe noch einen, den ich ins Rathaus schicke. Jetzt seht ihr die Mechanik auch einmal. Das heißt, ich habe den hier auf dem Rathaus platziert und darf den jetzt hier in einer dieser gemeinschaftlichen Sachen einsetzen. Ich entscheide mich dazu, den braunen hier einzusetzen. Hier übrigens können die Mönche nur auf die Mönchen logischerweise. Also man könnte jetzt nicht einen Mensch für einen Bauern einsetzen. So, als Sofortbonus kriege ich hier einmal einen Wissenspunkt und einmal Geld. Wenn ich es voll habe, würde ich den Bürger kriegen. Aber dass das noch weiter... Meinst du nicht, dass das oder heißt? Das Zeichen? Dann schau das mal nach. Ja, ich... Manche Sachen sind hier leider teilweise nicht alle im Detail erklärt. Aber man kann natürlich auch immer sehr gut googeln. Ja, das steht hier nämlich nicht. Ich brauche es. Doch, hier. Warte mal. Also ich würde sagen, das heißt oder. Ich weiß es nicht. Aber es ist ja ein schräges... Also ich glaube, das heißt oder, lieber Brian. Das ist okay für mich. Dann setze ich einfach noch einen Wissenspunkt weiter vor. Gut. Du hast gepasst. Ich bin auch fertig. So, ich werde sieben ziehen. Warte mal kurz. Drei Waren hat noch keiner von uns. Das heißt, du müsstest da nochmal aufdecken. Die Pets. Wir verlieren wieder einen Bürger. Eventuell. Ne, ein Arbeiter verlieren wir. Das heißt, wir legen wir nicht. 6, 6, 6, 7. So. Ho, 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 ho. So. 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 Dreh. So. 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 kriegt die obere Einzelplatte. Ich darf jetzt für zwei Handwerker einmal wissen und zwei Geld bekommen, wenn ich die hier einsetzen würde. Ich habe hier meinen Mönch auf die Brauerei gesetzt, das heißt, ich bekomme zwei Münzen. Ich tausche jetzt mal einmal hier mit fünf. Ich nehme fünf und gebe noch mal drei ab, dann hat man nicht so viel Kleingeld. Ja, das wäre es bei mir. Ja, Pest, wir ziehen wieder einen. Am besten einen von den eigenen. Du Lacker, ich habe einen Mönch. Ne, du hast einen Gelernten. Ja, ist noch nicht so dramatisch. Gut, und wir dürfen beide sieben anziehen. Und ich kriege das Stabblättchen. Noch mal Pest. Du kriegst das Stabblättchen. Ja, wir ziehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, ups. 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 Okay. Gut. Ich beginne. Nein. Oh, das war richtig dumm, was ich gemacht habe. Kann ich nochmal umändern? Nein. Bitte. Nein. Doch, das ist richtig fies. Bitte. Mach. Danke. Ähm, ja, ich hatte halt erstmal eine Dinger, die gerade auf dem Gildenhaus. Da habe ich natürlich schon eins gebaut, deswegen muss ich erstmal reisen. Tut mir leid. Danke Brian, dass du so nett bist. Jetzt hast du auch einen Freifahrtschein. Ist das gut? Sehr gut. Zack, ich reise nach, ich kann es nicht so gut lesen. Und bekomme einen Käse. Der ist vollständig. Ah, sorry. Ähm, ich reise nach, ich kann es nicht so gut lesen, starke Ortsname. Le Mans. Le Mans auch genannt. Le Mans. Le Mans. Le Mans, gerade kam doch der Film raus. Le Mans. Was macht mein Le Mans? Rennfahren, Autorennfahren. Achso, ich errichte da ein Kontor. So. So. Hast du es schon gemacht? Ne, ich bin ja nicht dran. Ich ziehe in die Universität ein, kriege ein graues Plättchen, gehe auf der Leiste auf drei und gehe dann nochmal drei unten bitte weiter und bekomme drei Gold. Gold. Zack. Ähm, ich baue ein Kontor. In Le Mans. Wir sind zwar noch im frühes, spätes, mittleres, 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 glaube ich hier. Aber ich habe schon mal so eine kleine, ich habe den hier auch ein bisschen asphaltiert. Ein paar Kurven. So. Fertig. Ich kann nichts mehr legen. Das ist eine gute Technik. Einfach nicht hinhören. Ne? Also ihr sollt natürlich hinhören. Ich aber nicht. Pest. 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 Ja. Das ist nämlich wichtig jetzt. Warum ist das wichtig? Ach so. Naja. Nur so. Ich weiß schon was du meinst. Ähm, so. 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 Das ist natürlich jetzt wieder richtig Lack für dich. So. 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 Bei dich. Ich aber noch nichts. Und fertig. Denn fertig. Ja, ich fange an. Ich ziehe in die Burg ein. Das heißt, mein Blättchen, der Rote, bewegt sich dann weiter und ich kriege meinen ersten Bürger in die Stadt. Also da hatte Brian jetzt Glück, dass er gerade anfangen durfte, sonst hätte ich das natürlich gemacht. Genau, ich kriege noch ein rotes Ritter. Ich mache nämlich nur das Gleiche. Ich ziehe auch in die Burg ein. Ich kriege ein rotes Rettchen und ziehe ein. Weiter. Danke. Ich fahre mit dem Wagen ins nächste schöne Städtchen namens Vendom und kriege hier einen Garn auf dem Weg. Und auch ich baue endlich ein Kontor. Mal wieder Chips. Ja, ich musste nur kurz was überlegen und gucken. Entschuldigung. Gildenhaus. Ich baue auch ein Kontor in Vendom. Und ich kriege noch mal aus meiner Brauerei zwei Geld. Wir ziehen. Schon wieder Pest. Schon wieder Pest. Oh Gott. Boah, du hast so ein Glück. Jetzt gibt es keine Pest mehr. Und ich habe einen Ritter. Ist auch nicht so schlimm. Gut, deckst du wieder eins auf? Ich kriege den Startspieler. Ernte. Das bedeutet, wir geben am Ende der Runde entweder einen Rohstoff ab oder fünf Gold. Gibst du mir das Startplättchen? Ich gebe dir das Startplättchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Der kommt hier hin. Der kommt hier hin. Der kommt schon mal hier hin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich fahre mit dem Schiff und zwar hierhin, bekomme einmal Wein. Ach, das kann selbst ich nicht mehr lesen über Kopf. Ich fahre auch mit dem Wagen und zwar hier runter, da wo du schon ein Konto leider hast, nach Bleu. Ich glaube es heißt Blur oder so, keine Ahnung. Und ich baue direkt ein Kontorhaus, da wo ich bin. Zack. Ich mache mich mal in der Universität zu schaffen, darf jetzt einen vorziehen, kriege einen grauen und darf hier nochmal 1, 2 nach vorne auf der Entwicklungsleiste. Und ich habe noch ein Skriptorium, darf also auch einen auf der Entwicklungsleiste weitergehen. Gute. Sehr gut. Jetzt müssen wir einen Rohstoff abgeben. Genau. Macht natürlich Sinn, jetzt einen günstigen abzugeben. Dafür hat man die kleinen Plättchen hier. Hier sieht man sonst auch nochmal, was alles alles wert ist. Das Getreide ist am wenigsten, deswegen wird man die Getreide raushauen. Super. Deckst du noch ein neues Plättchen auf? Ich decke ein neues Plättchen auf. Für die Gildenhäuser gibt es am Ende Geld. Für die Gildenhäuser gibt es Geld. Du kriegst das Startplättchen und wir dürfen wieder ziehen. Achso, scheiße, das habe ich, scheiße, sagt man nicht. Entschuldigung, habe ich es zweimal direkt gesagt. Das habe ich vergessen, darf ich das noch schnell machen? Ja, darfst du. Du hast ja jetzt auch noch einen Freifahrtschein. Ja, siehst du, guck mal. Den setze ich nämlich tatsächlich ins Rathaus ein. Krieg zwei Geld. Ach, warte, ich gebe dir drei. Kannst du ihn übergeben. Zack. Super. Und wir ziehen wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind passend. Ähm. Ich glaube es nicht. Äh, der Witzker. Äh, der Witzker sage ich das so, ne? Ja. Okay. Mhm. 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 So. Ah. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Yeah. Okay. Oh. OK. Mm. Okay. Mhm. affect, man. Hm. Mhm. So, P-L-X. Okay, den tue ich wieder rein. Ja, wen tust du wieder rein? Ich hatte noch einen roten, den kann ich entweder da liegen lassen oder ich tue ihn rein. Nee, den musst du da behalten dann. Oh, das habe ich eben schon ein paar Mal gemacht. Echt? Wie? Nein, der muss ja dann liegen bleiben. Aber ich denke, ich kann mir das aussuchen. Nein, das ist ja genau das Ding, dass der immer da liegen bleiben muss, dass er entweder da liegt oder du ihn schon irgendwo platzierst, damit du im Prinzip unter dem Druck gerätst, dass du ja, wenn du jetzt achten dürftest... Okay, sorry, das habe ich eben schon einmal gemacht. Ich dachte, dass ich mir das dann wieder aussuchen kann. Dann habe ich wohl noch zwei, gut. Ja. Okay, du fängst an. Also ihr merkt, wir sind auch, oder ich vor allem, also so oft haben wir das auch noch nicht gespielt. Das ist echt ein bisschen komplex. Ich fange an mit dem Reisen und reise nach Verson. Verson. Verson kenne ich glaube ich sogar. Du kriegst einen Wein auf dem Weg, du bist dran. Ich gönne mir die Universität, gehe also einen weiter. Gönnen. Machst du bitte? Entschuldigung. Wo? Da. Blau, ne? Vier. Eins, zwei, drei, vier. Du kriegst vier Gold. Und einen Gelehrten. Und habe jetzt quasi drei Stärkepunkte. Mhm. So, ich mache weiter mit dem Gildenhaus. Das heißt, ich baue mir ein Kontor in Verson. So. Und ich habe nochmal das Kryptorium und gehe noch einen weiter. Das habe ich auch gebaut, da gehe ich auch einen weiter. Gut, ich bin durch. Okay, ich habe noch die Burg. Das heißt, ich ziehe hier den letzten auf, rot bin ich, ne? So, zack, auf acht. Ich kriege noch einen Ritter. Einen Ritter. So, Ritter. Ein Gold für jeden Kontor. Ich habe da eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, bitte. Ich habe eins, zwei, drei, vier. Und du kriegst fünf und zwei. Und ich kriege fünf und gebe einen ab. Ich kriege den Startspieler. Du deckst wieder einen Ringelnder auf. Steuern. Für jeweils drei Rohstoffe an Geld am Ende der Runde. Ich darf acht ziehen und ich darf sieben ziehen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hoffe ich, dass das passt. Ich glaube ja. So, jetzt seht ihr auch jetzt meine Marktleiste komplett voll. Also das ist das Maximum im Prinzip, was man erreichen kann. So, 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 so. Ich bin gut geplant von mir. Ah, ne, ist okay. Wie viel unten gibt es denn noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Runden noch? Also zwei Drittel haben wir geschafft. Das Spiel bockt mich auch immer noch an. Ich wüsste auch nicht, wie es langweilig werden könnte tatsächlich. Muss ich gerade mal sagen. Man kann einfach so viele verschiedene Sachen fahren, wie ihr seht. Ähm, wortwörtlich kann man fahren mit dem Wagen. Ich glaube, man könnte theoretisch auch komplett in Orleans spielen, dass das Plättchen sich gar nicht bewegen müsste. Und man könnte einfach nur hier über die Worker, über das Rathaus relativ viele Punkte machen. Könnten wir mal ausprobieren in dem Spiel. Wir lassen uns ja im Prinzip auch offen bei jetzt Brettspiel, ob wir ein Brettspiel einmal spielen oder zweimal. Ando haben wir, glaube ich, schon zweimal gemacht vor der Kamera. Ich fange an. Ich fahre mit dem Schirm. Wo geht es denn hin? Tück, 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 tück. Oh, warte mal. Stopp mal, ich muss hier nochmal. Ich kann das echt nicht so gut erkennen. Du kannst dann wieder darum oder darum. Mhm. Ich fahre tatsächlich einmal wieder zurück. Da ich mich da sonst fest... Na, wobei, das ist ja auch egal. Hier unten gibt es noch eine zweite, aber es ist eine Straße, ne? Theoretisch auch so. Ich fahre hier hin. Und hab einmal Wolle. Ähm... Ich, äh... Vergessen, was ich machen wollte. Ne, geh ins Dorf. Und hol mir hier einen Handwerker. Ich krieg dazu so ein Technikplättchen, was ich gleich, wenn ich passe, wieder setzen darf. Und ich habe nochmal das Skriptorium, gehe also einen Schritt auf der Entwicklungsskala nach vorne. Ähm, mache ich auch das Skriptorium. Gehe auch einen nach vorne. Gut. Du hast nichts mehr. Ich habe noch den Wagen. Das heißt, ich fahre noch eine Runde. Ah... Hier lang. Das kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht mehr lesen. Es tut mir leid, Freunde. Na, das kann ich aber wieder lesen. Nach Chaperon. Ach so. Ähm... Super. Hast du noch was? Äh... Ich guck nochmal. Ne, hier habe ich nichts mehr. Das heißt, Steuern werden bezahlt. Ich habe insgesamt sieben Rohstoffe. Das heißt, ich gebe zwei Geld ab. Pro drei ein. Du willst nicht zahlen, oder? Ich muss nicht zahlen. Alles klar, Uli. Äh, was ist das nochmal? Ähm... Könis. Was ist das nochmal? Was heißt das? Du musst für drei Waren eine Eigengeldsteuer bezahlen. Schade. Schade gezahlt. Du findest ein gutes Schlupfloch oder einen guten Steuerberater. Gut. So. Das Plättchen wird umgedreht. Ich werde Startspieler. Und... Jetzt gibt es für... Ähm... Fortschrittspunkte für Fortschrittssternchen gibt es jetzt ein Geld am Ende. Jetzt ist der Beutel langsam tatsächlich auch voll. Oh! Und beim Passen, das habe ich vergessen. Ähm... Setze ich natürlich hier noch mein Rädchen in die Windmühle, die ich mir hier schon angebaut habe. So. Lass mich mal gucken. Also... Das muss ich machen. Das... 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 Das muss ich machen. Jawollski. Darf ich mal gucken, was ich noch für Plättchen habe? Das darf man, ja. Ein schwarzes. Ein rotes. Ein schwarzes. Der ist logischerweise da. Der ist logischerweise da. Der ist logischerweise da. Der ist da. Ähm... Ähm... Sekunde. Jetzt dauert es kurz ein bisschen. Mein Helm rattert. Ähm... Ich... Mach jetzt mal diesen. Dann hoffe ich, dass ich nichts falsch mache. Mach diesen. Und... Ich mach noch diesen. Entschuldigung, das hat jetzt wirklich ein bisschen gedauert. Aber jetzt bin ich am Start. So. Als erstes baue ich einen Kontur. Ops. Ich tue das gleiche. Kommst du hin? Soll ich das hin? Ja. Sehr schön. Ähm... Ich hole mir außerdem einen Bauern. Ich gehe hier in der Bauerleiste ein vor. Krieg ein Getreide. Ich hole mir einen Mönch, bitte. Ja. Hol ich mir auch einen Mönch. Ups. Ich ziehe in die Burg ein. Jetzt hängs. Ähm... Ich ziehe in die Windmühle ein. Ähm... Krieg zwei Geld und einen Entwicklungspunkt. Zwei Geld. Und ich hab noch mal das Kryptorium. Und gehe hier auch noch mal. Also jetzt vier Entwicklungspunkte. Ich geh ins Rathaus mit meinem roten. Und krieg nochmal zwei Geld, bitte. Warte, ich geb dir drei. Kannst du mal Fünfer geben. Mhm. So. Ich bin durch. Ich hab auch nichts mehr. Dann. Jetzt gibt's für den Verlegungsstufen Geld. Dich krieg zwei, du kriegst vier. Vier. Zwei. Ich nehm hier... Ah ne, ich hab ja keine mehr. Dann nehm ich mir tatsächlich kein Geld. Drei. Und vier. So. Dann gibt's hier eine neue Runde. Ernte. Entweder einen Rohstoff abgeben. Oder fünf Gold. Du kriegst rein, weil du in der Volksstilung vorne bist. Ich in der Volksstilung vorne bin. Also ne, wenn man hier vorne ist, gibt's sein Geld am Anfang der Runde. Und es geht los. Ich darf auch jetzt acht ziehen. Vier. Ist noch vier, ja. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. So. 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 Und lass mich gucken. Hier muss ich unterwegs sein. Hier. Hier muss ich unterwegs sein. Wobei ich das noch nach hinten schieben könnte. Ähm. Dann. Könnte ich mich entweder hier für sie machen. Oder ich mach den hier. Mal gucken, wie das aussieht. Ähm. Ja. Oder ich mach den erstmal noch. So. Ich hab den schon mal da rein. Das heißt, ich hatte die beiden übrig. Kannst du auch leise nachdenken? Ja. Ich will ja auch die Zuschauer ein bisschen an meinen Gedanken teilhaben lassen. Ja. Aber man muss sich auch mit den konzentrieren. Auch wenn die nicht sehr tiefgründig sind. Ähm. Puh. So. Wie sieht's aus? Ja. Ich beile mich. Sekunde. So. So. Das ist schon echt immer ein bisschen aufregend. Was man zieht. Sowieso. Aber auch. Gut. Ich beginne. Und ich fahre mit meinem Wagen. Hier unten rum. Und bekomme. Einmal dieses. Wie hieß das nochmal die Wagen? Brokat glaube ich. Brokat. Ihr könnt ja mal, wenn es einer von euch weiß. In die Kommentare des Videos schreiben. Was Brokat ist. Ich tippe mal irgendeinen Stoff oder so glaube ich. Ähm. Ja. Ich fahre mit dem Wagen tatsächlich. Und wir treffen uns das erste Mal seit langem wieder. Im wunderschönen. Hier ist Käse. Haben alle gesehen. Weiß ich nicht wie das heißt. Aber ist ja ein bekannter Luftkuhort. Ich krieg auch übrigens Brokat. Herrlich. Herrliches Wetter da. Ich hab nochmal das Kryptorium. Und gehe hier unten nochmal einen weiter. Ähm. Ich baue ein Kontur da mal direkt in der Stadt. Das heißt da darf ich jetzt kein Kontur mehr erbauen. Korrekt. Hast du noch was? Nein. Gut. Ich ziehe hier. Doch. Ich hab nicht die Brauerei. Und dafür kriege ich nochmal zwei Gold. Ich ziehe hier mit zwei Leuten ins Rathaus ein. Einmal hier. Einmal hier. Bedeutet ich bekomme einen Wissenspunkt und zwei Geld bitte. Macht gleich fünf Geld draus, weil hier kriege ich auch nochmal drei. Und dann habe ich hier auch nochmal einen Wissenspunkt und zwei Geld. Ja. Jetzt geben wir den Rohstoff ab. Ende der Runde. Käse. Mhm. Du kriegst noch ein Gold. Ich krieg noch ein Gold. Und wir decken. Wirst du mir mal noch ein... Warte mal. Ist das ein Fünf? Gib mir mal ein Zehner. Fünf. Ein Fünf. Zehn. Zack. Wie viele Kärtchen sind da jetzt eigentlich noch? Eins, zwei, drei und das vierte geht jetzt hoch. Gut. Du kriegst das Startspielerplättchen. Das ist korrekt. Eins, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Perfekt. Boller. So. Boller. So, so, so. 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 Dann... Diesen. 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 Dann... Können wir den auf jeden Fall machen? Diesen. Ähm... Hä? Väh B formerly also her. Alles also her? Dann habe ich gerade gedacht. Machen wir den und den und den. gut ja dann beginn mal ich beginne indem ich wieder mit dem wagen fahre wo bin ich denn da und zwar hierüber weg ein käse ich fahre mit dem schiff und krieg auf dem weg rolle ich baue meinen letzten kontor dann habe ich tatsächlich keine mehr ich ziehe in die universität ein ich ziehe ins rathaus ein mit meinem mönch bedeutet ich bekomme zwei geld und jetzt auch dieses bürger plättchen hier einiges brauerei kriegt zwei geld dann mache ich die windmühle die ich eingebaut habe kriegt zwei geld und einen wissenspunkt und ich habe noch mal das kloster und bekommen bitte noch mal einen mönch ich habe die uni bedeutet ich bekomme hier noch einen gelehrten gehe hier aber da vorne und auf 3123 und guck mal viel geld ich habe nichts mehr wunderbar dann kriegen wir für die entwicklungsstufen jetzt geld du kriegst 43 du kriegst noch mal ein volkszählung danke und deckst noch mal so für drei rohstoffe müssen wir ein geld abgeben jeweils ich kriege das startplättchen und es geht wieder los so 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 Gut. Bist du soweit? Gut. Ja, Entschuldigung, ich muss, ja, ja, ich bin soweit. Ich baue auch noch mal ein Bildenhaus. Sehr gut. Ich gehe einmal in die Uni, um den Gelehrten, zack, gehe hier ein vor und hier eins, zwei, drei, vier. Ich hole mir zwei Gold aus der Brauerei. Ich hole mir hier noch mal zwei Geld und einen Wissenspunkt. Was kriegst du? Zwei Geld? Nein, warte, gib mir einen Zehner. Zehner. Zack. Okay. Auch ich zieh nochmal in der Universität. Ich ziehe auf sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, kriege ich noch einmal fünf Gold. Ähm, ich mache das Skriptorium, ziehe hier noch einen weiter. Ich mache auch das Skriptorium, ziehe einen weiter und kriege auch dieses Männchen. Und ich schicke noch zwei meine Jungs ins Rathaus, einmal den Handwerker hier hinten, kriege ich auch noch einen Wissenspunkt und einmal den Ritter hier hin, kriege drei Geld noch. Danke. Damit habe ich alles fertig. Ich auch. Gut. Wir müssen nochmal für die Steuern zahlen. Ich habe neun Waren, das heißt, ich bezahle drei Geld. Ich bezahle ein Geld. Und du deckst das vorletzte Plättchen auch richtig. Korrekt. Jawohl, du postest das Staatsspielerplättchen. Danke. Und am Ende der Runde gibt es für jeden Kunden nur ein Geld. Und so. Jetzt sind es die letzten zwei Runden. Jetzt wird es schon relativ taktisch, weil jetzt versucht man, glaube ich, meist noch so viel Kohle einzewirtschaften, wie geht. So. Eins, zwei, okay. Ähm. Ich habe mich mal hingestellt, bevor ich so aufgeregt bin. Ich bin bereit. Ich noch längst nicht. Gut dann, und da hat ich die Zuschauer noch ein bisschen in unserem kleinen Video. Ähm. Ja, ihr seht, es ist eine relativ lange Partie. Wir haben jetzt, ich gucke mal auf die Ausnahme, eine Stunde zählen. Sie haben vorher auch ein bisschen erklärt, also 45 Minuten, 60 Minuten, ähm, dauert es. Gleich werden wir noch Stift und Block brauchen, um, ähm, die Punkte zu zählen. Das sind hier tatsächlich immer ganz viele, ne? Auch durch den Multiplikator, die dann kommt und die ganzen Einzelnen. Könnt ihr euch vorstellen, ähm, dass da eine Menge zusammenkommt. Also über 100 Punkte werden es schon, vielleicht nicht im ersten Spiel, aber meistens so auf den zweiten, äh, knackt man schon die 100er Marke. Könnt ihr vielleicht einen Taschenrechner dazu holen, wenn ihr nicht so gut im Kopf rechnet seid, ähm, oder halt so auf den Listenrechner. Geht ganz gut. Auch das finde ich sehr schön übersichtlich gemacht. Man handelt eigentlich hier von oben nach unten alles ab, was welche Punkte gibt. Geld gibt am Ende auch Punkte. Ich glaube, das hört man auf die Wenden zu sagen. Ähm, aber Geld sammelt man ja auch nebenbei relativ viel eigentlich mit fast jeder Aktion, oder mit vielen Aktionen, die man macht. Ähm, ja. Ja, ansonsten habe ich ein bisschen, glaube ich, gar nichts weiter zu sagen. Ihr seht auch, es können Sachen ausgehen, ne, also das kann ich ja nochmal erklären. Sollte jetzt hier zum Beispiel, ähm, was ausgehen, beim Spiel zu zweit ja unwahrscheinlich, aber wenn es zum Beispiel keine roten Ritter mehr gibt, dann gibt es tatsächlich keine roten Ritter mehr. Also wer dann nochmal hier ein, äh, Dings geht und sich einen roten Ritter kaufen will, ähm, ähm, der wird keinen mehr bekommen. Genauso wie die Mönche, wenn die leer sind, sind die leer. Äh, Rohstoffe. Das zählt eigentlich für alles. Ich glaube, Geld ist genug da, es gibt ne, ne, 10er Fläckchen, die wir jetzt hier beide schon haben. Ähm, gibt es noch 20er Fläckchen, also ich glaube, das geht auch im Spiel zu viert nicht aus. Ja. Eigentlich nicht vorstellen, dass da jemand so sehr hamstert. Und, ja. Okay. Das andere angeht, Verena ist soweit. Dann kann ich auch hören, Inhaltslosung ist zu reden. Ich bin soweit, ich stehe, weil ich so aufgeregt bin. Das ist, ach, ich mach doch mal den Argument. So, ähm, dann fang ich an, ne? Ich, äh, mach als erstes Imsen hier, Windmühle. Ich krieg ein Wissenspunkt und zwei Geld. Sieh. Sieh. Ich mache das Skriptorium, geh auch hier unten nochmal ein weiter. Ich hoffe, das seht ihr. Ich mach auch das Skriptorium. Ja, nochmal weiter. Ich setze mein Händler ins Rathaus hinein, setze ihn hier unten hin, kriege auch nochmal einen Wissenspunkt. Dann setze ich auch ins Rathaus. Ich setze auch hier einen Händler hin und kriege auch nochmal einen Wissenspunkt. Und, äh, den grauen Mann hier hab ich auch noch. Den gelehrten. Hm. Ich setze ihn hier hin, gib mir nochmal zwei Geld. Mhm. Danke. Ich fahr nochmal mit dem Wagen. Und zwar hier hin. Und krieg nochmal einen Käse. Ich, ähm, fahr auch nochmal mit dem Wagen. Ihr seht, jetzt gleichen sich die Aktionen. Das sind einfach die Aktionen, durch die man, ähm, viel noch Punkte bekommt. Und ich bekomme nochmal zwei Gold aus meiner Brauerei. Ich, äh, zieh nochmal ins Dorf ein, holt mir hier einen Schiffer, zieh hier nach vorne und bekomme zwei Geld bitte noch. Das ist dann die Spezialaktion des Fischers, äh, des Schiffers. Dann haben wir, glaube ich, alle auch einmal gezeigt tatsächlich, die Dorfbewohner so haben. Genau. Äh, also die Arbeiter. So meine ich. Super. Wir kriegen nochmal Geld für unsere Kontore. Ich hab eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dann gibst du mir das Startplättchen und deckst das letzte Aktionsplättchen an. Ich krieg nochmal ein Geld bei der Volkszählung. Jawoll. Einen Rohstoff abgeben oder fünf Geld abgeben. Jetzt das nächste. Also das letzte. Gut. Und dann wird das letzte Mal gezogen. Los geht's. Letzte Runde. Oh, ich hab Geld in meinen Beutel geschmissen. Oh ja, das ist mir vorhin auch schon passiert. So. Sind das denn noch? Die müssen eigentlich drei, sechs, dann scheitert es alle zu viel. Und dann ziehe ich mal einen raus, der bleibt drin. So. So. Die letzte Runde dauert in der Regel immer ein bisschen am längsten, weil man jetzt sehr lange überlegt, wo man die meiste Kohle ausschlagen kann. Und deswegen entschuldigt, wenn wir jetzt kurz ein bisschen still sind. Vielleicht könnt ihr einfach ein bisschen mittaktieren. Ich denke, unsere Tableaus solltet ihr ganz gut sehen. Kennt, glaube ich, mittlerweile Aktionen und könnt dementsprechend gleich mal ein bisschen überlegen. Was würdet ihr jetzt machen? Das könnt ihr also auch mal in die Kommentare schreiben unter dem Video. Was hättet ihr jetzt mit meinem Tableau? Also ich hab einen roten, blauen, noch einen roten, schwarzen. Ein grauen, weiß und blauen. Und ein braun. Was hättet ihr mit dem Tableau jetzt vielleicht am Ende gemacht und die meisten Punkte zu machen? Vielleicht habe ich ja was übersehen. Gleiches gilt hier. Das ist tricky, weil man muss jetzt echt überlegen, was gibt nochmal gut Punkte? Tja. 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 Das ist nicht einfach alles. Das ist auf jeden Fall nicht einfach. Tja. 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 Ich glaube, ich habe es. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Bei mir war hier auch so ein bisschen das Problem, ich war hier so zugebaut mit den Kontoren. Also Brian hat das hier unten alles schon ganz gut dicht gemacht. Das heißt, ich konnte da dann gerade gar nicht mehr bauen. Ich habe natürlich auch noch die Brauerei und Geld gibt am Ende pro Münze einen Siegpunkt. Aber diese Gildenhäuser, diese Kontore werden nachher mit den Bürgern, die man hat, und diesen Punkten hier zusammengerechnet. Und das gibt dann schon auch noch mal ganz gute Punkte. Okay, also ich beginne. Ich setze meine beiden Menschen hier in das Rathaus. Einmal hier. Das ist die Frechheit. Und einmal hier. Das ist die allergrößte Frechheit. Das heißt, ich bekomme jetzt vier Geld. Ja, da hätte ich auch einen gesetzt, aber dann setze ich auch mal ins Rathaus. Das habe ich mir nämlich gedacht. Hier bekomme ich nämlich nur noch ein, also zwei Geld insgesamt für exakt die gleiche Kombo. Nein, das darfst du aber nicht. Du darfst nicht deine eigenen Farben ins Rathaus setzen. Scheiße. Gut, dann gebe ich wieder zwei Geld ab. Willst du noch einen anderen reinsetzen? Ja, dann nehme ich den. Ach man, shit, es gibt so viel zu beachten. Dann setze ich, also die zwei habe ich jetzt erstmal abgegeben. Du kriegst dafür einen mehr. Ein mehr. Ein mehr. Warum gibst du mir dann zwei weg? Was denn? Ich bekomme hier einen, hier zwei, drei. Genau. Und du hast zwei weggenommen. Wenn du den jetzt noch einsetzt, den grauen, kriegst du einen wieder. Ein Geld. Ja, ist doch alles easy. Easy, easy. So. So, dann bin ich dran. Kannst du noch mal wechseln bitte? Ne, ist doch jetzt egal. Okay. Ich fahre jetzt mit meinem Wagen hier nochmal hin, krieg nochmal einen Rohstoff. Ich fahre auch nochmal mit dem Wagen hier hin und ich baue nochmal ein letztes Kühnhaus hier hin. Ich fahre nochmal mit dem Schiff hier hin und bekomme noch den Rohstoff stark, das Lack. Gut, haben wir noch mehr? Ich habe hier noch einen, den will ich auch noch kurz spielen und noch zwei Geld und einen. Das bringt mir zwar nichts an. Gut, das heißt, du hast auf jeden Fall mehr Kontore hier. Du kriegst hier noch das Bürgerplättchen. So, haben wir noch was? Glaub nicht. Die anderen Bürgerplättchen hast du dir genommen. Ja. Das heißt, jetzt geht es ans Rechnen. Ich packe schon mal hier meinen Bordel wieder aus. Da gibt es immer hier eine ganz gute Reihenfolge. Den Dress kann ich schon mal wegschmeißen. Wir sammeln gleich zusammen. Ich würde sagen, wir rechnen jetzt erstmal. Ich packe die erstmal das Schnee. Ich hatte nicht mehr so viele, deswegen. Das ist natürlich so egal. Egal. So, also man fängt an mit den Münzen. Jede Münze zählt ein Siegpunkt. 30, 40. Und wir zählen leise. Ich habe 49. Ich habe 49. Ups. Ups, jetzt sind mir hier die... Alles gut? ...tale runtergefallen. Hast du meine aufgeschrieben? Das sind 49. Ja. So, dann kommen die Warenplättchen. Ich habe hier... ...einer. ... 만들어... ... 38. Und du? 19. 19. Ja, und dann kommen jetzt, also jetzt rechnet man die Anzahl der eigenen Kontore und Bürgerplättchen wird addiert und anschließend wird das mit dem Wert des Entwicklungsstandes multipliziert. Ja. Ja, ich glaube, ich habe leider wieder verloren. 60 habe ich insgesamt. Ui, 128 für dich, 178 für mich. Sehr gut. Ja, schönes Spiel, macht Spaß. Man muss halt gucken, welche Taktik man fährt. Brian hat natürlich jetzt hier mehr Kontorhäuser gebaut. Das hat noch mehr Punkte gegeben. Ja, also ihr seht ja, zu zweit kommt man sich noch nicht so gut, also noch nicht so gut, kommt man sich noch nicht so doll ins Gehege. Hier unten ein bisschen mit den Kontorhäusern, hier ein klein bisschen. Wenn man das Spiel zu viel spielt, hat man natürlich den gleichen Spielplan. Das heißt, dann wird das Ganze hier ein bisschen enger. Das heißt, auf der Karte wird es enger mit Kontoren, hier wird es enger. Auch hier werden irgendwann mal die Männchen ausgehen, tatsächlich. Das bringt nochmal, glaube ich, mehr Variationen rein. Das Spiel zu dritt oder zu viert. Ansonsten von der Zeit her, die Aufnahme ist jetzt eine Stunde 22. Also ich tippe mal, eine reine Stunde haben wir jetzt gespielt. Ja. Ich glaube, viel mehr gibt es nichts zu sagen. Nö. Also ein bisschen Zeit mit einplanen und ein bisschen Nachdenken zwischendurch. Aber dann ist es ein sehr, sehr cooles Spiel. Das war es von uns. Euch noch einen schönen Ostermontag. An der Stelle übrigens danke, weil das ist eine Leihausgabe, die wir gerade spielen, von unserem Freund von Atlantis Spiele. Oh ja, das haben wir noch gar nicht gesagt. Stimmt. An der Stelle sei nochmal gesagt, support your local. Kauft eure Spiele vor Ort in euren kleinen Läden um die Ecke. Und vielen Dank an Atlantis Spiele für diese kleine Leihgabe hier. Ganz genau. Ihr seid super. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.